Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Volk. Ja, wir machen eine Spendeaktion. Für einen Kollegen, für mich. Er braucht ja das Geld. Und nicht. Cash, Cash, Cash. Für eine neue Waschmaschine. Und Waschmaschine kommt ja nicht aus dem Baum. Oder wächst nicht aus dem Baum. Oder Geld wechseln hier auf dem Baum. Leute, kommen Freunde. Oder Geld wechseln hier auf dem Baum. Oder was auch immer. Würde mich freuen, wenn ihr bei Spendenaktionen mitmachen würdet. Muss keine große Summe sein. Kann auch eine kleine Summe sein. Ich sag 700 Euro. Na 600 Euro, sorry. Dass jeder mal hier 150, 20 Euro spendet. Muss nicht sein, aber ihr könnt mitmachen. Da würde ich mich auch freuen, Freunde. Dass ihr mitmachen würdet. Zum Beispiel, ich spende jetzt hier auf 1 Million Euro. Also ein Beispiel. Und dann gebe ich denen das Geld. Weil sie das Geld ja brauchen, Freunde. Ohne Geld kann man nichts kaufen. Und ja, was soll ich da großartig sagen. Wenn so erfällt, das kann er. Warte, ich habe was Lustiges für euch, Freunde. Wenn ihr nicht abonniert oder liked, dann gibt es das hier für euch. Oder ein Barser. Ein Barser. Oder das hier. Peng. Aber Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Und dann sieht man sich uns bei der nächsten Folge, beziehungsweise Video, wieder. Tschüss. 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 Tschüss.